Der FC Bayern München, der gewinnt heute gegen Hertha BSC mit 2 zu 0 und man muss sagen, es zählt zu den Spielen Kategorie Arbeitssieg. Denn klar, letztendlich geht das auf jeden Fall. Klar, wenn man sich allein nur die Statistiken anguckt, hat man mal gemerkt, wie dominant eigentlich der FC Bayern München war. 81% Ballbesitz, sie waren mit 18 zu 1 Ecken natürlich deutlich mehr von Tor 26 zu 2 Schüssen, aber dafür halt einfach nur 2 zu 0 gewonnen. Und da kommt jetzt natürlich die Frage aus, ist die Krise des FC Bayern Münchens jetzt überhaupt vorbei oder sehen wir in den nächsten Wochen wieder Spiele wie in der ersten Halbzeit? Denn da, da sah es schon wieder so aus, als ob man hier möglicherweise nicht mit einem Dreier nach Hause geht. Meine Analyse dazu hier in diesem Video. Vorab, lasst natürlich immer ein Like auf das Video da und auch ein Abo für den Kanal, um nichts zu verpassen. Aber jetzt schauen wir doch mal rein, wie ist das Spiel denn eigentlich so abgelaufen? 0 zu 0 zur Halbzeit, muss man sagen, in der ersten Halbzeit, da hat wirklich viel gefehlt. Die Bayern-Fans, die waren auf Twitter unter anderem auch schon richtig, richtig sauer, auch im Stadion. Da gab es einige Pfiffe für die Mannschaft. Sie waren lange Zeit natürlich das bessere Team, sie haben aber auch wieder nur auf das eine Tor gespielt. Gerade Chao Cancelo, da hat mir sehr gut gefallen, auch Joshua Kimmich viele Flanken gebracht, aber keinen Abnehmer gefunden. Da hat man wirklich gemerkt, es fehlt und es fehlt ein Stürmer. Das wird der FC Bayern München in dieser gesamten Saison einfach nicht los. Man braucht unbedingt einen Stürmer, der Tore macht. Aber aus der Halbzeit raus, muss man sagen, da hat man dann das Spiel wirklich auch so ein bisschen wieder an sich genommen. Und so die Wende natürlich, das wurde dann durch diese grandiose Vorlage von Joshua Kimmich in der 69. Minute zu Serge Gnabry verewigt. Ein Schipper über die Abwehr und schon kam er zum Flughoffball und macht dann das 1 zu 0 in der 70. Minute. Und genau zehn Minuten später eben Kingsley kommt mal wieder vor bei Joshua Kimmich. Wie gesagt, Joshua Kimmich für mich heute der überragende Mann, der beste Mann auf dem Feld und der macht dann eben auch das 2 zu 0. Ja, man hat hier nicht wirklich was anbreiten lassen. Klar, Hertha, die sind eigentlich ganz gut reingekommen, aber man darf auch nicht vergessen, gegen wen man hier gespielt hat. Gegen den Tabellenletzten, da wird nichts mehr groß hinten drin passieren, bin ich mir ziemlich sicher. Die werden nach unten gehen und der FC Bayern München hat natürlich auch ein bisschen andere Ansprüche als jetzt Hertha BSC. Man hat jetzt hier diesen Pflichtsieg geschafft und das war natürlich das Wichtigste für die Bayern, dass man sich wieder ein bisschen Sicherheit holt, aber man muss natürlich weiter vorsichtig bleiben. Es kommen noch sehr, sehr wichtige Spiele, vier Spiele sind noch in der Bundesliga, man darf sich keinen Fehler erlauben. Heute hat man eben die Tabellenführung zurückerobert und für mich Krise vorbei, schwierig das so zu sagen. Denn man hat ja in der ersten Halbzeit gesehen, da hat wieder der Stürmer gefehlt, da hat man die Tore wieder nicht gemacht. Und wenn das wieder eben sich so ein bisschen einschleicht, dann könnten wir hier auch mal wieder Probleme aufs Münchner Seiten sehen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Bayern auf jeden Fall durch so einen Sieg jetzt natürlich erstmal so ein kleines Hoch bekommen werden. Und man muss natürlich auch auf diesem Sieg aufbauen und wenn man da jetzt so ein bisschen positiven Trend in die Mannschaft auch bringen kann und Thomas Tore nicht wieder beim Training durchdrehen muss, dann sieht es hier mit der Meisterschaft ziemlich gut aus. Was meint ihr zum Spiel? Eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Bis dann, Leute. Ciao.